Was hier auf den ersten Blick aussieht wie ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als eine alte Bridge-Kamera mit Televorsatz. Die hier im Bild zu sehende Olympus E20 war der große Bruder meiner geliebten Olympus E10. Während die Olympus E10 ihre 4 Megapixel großen Bilder mit einigermaßen erträglicher Langsamkeit speicherte, bekam diese 5 Megapixel-Kamera von mir den Spitznamen, die sich den Wolf speichert. Trotz merklicher Auslöseverzögerung und abartigem Stromverbrauch gelang es mir trotzdem, den Grundstock meines Bildarchivs mit diesen Kameras zu erstellen. Es wurden letztendlich sogar so viele Aufnahmen, dass ich mir Gedanken machen musste, wie ich die Bilddateien benenne, damit ich sie einigermaßen wiederfinde. Die Benennungsmethoden der Bilddateien habe ich in den letzten Jahren wirklich x-mal geändert und es hat mich wirklich sehr viel Zeit gekostet. Um euch dieses Schicksal zu ersparen, mache ich diesen Film. Ach, hör mal doch, uff, interessante Bildchen gibt es doch sowieso noch von Melonenbowle mit ganzen Früchten. Ah, und was sollen denn die schwarzen Balken schon wieder? Die USA haben doch die größte Pornoindustrie in der ganzen Welt. Hast du Angst um deine Werbeeinnahmen oder was? Glaubst du, die sind so bigot oder was? Äh, ja gut, sind's wahrscheinlich. Ach, immer schön geschmeidig bleiben. In dem Kanal geht's halt eben um nackte Loks und nicht um nackte Weiber. Aber eins bleibt jedenfalls festzuhalten. Wer kein eigenes Bildarchiv hat und auch keins aufbauen möchte, der guckt sich besser einen anderen Film von mir an. Denn in diesem Film wird es im Wesentlichen darum gehen, wie man sein eigenes Bildarchiv organisiert und wie man es als Ideenspender für die eigene Modellbahn nutzt. Dies ist der Kanal von Thorstens MOBA Design, dem Planungsdienstleister für unkonventionelle Modellbahnanlagen. Ansonsten noch kurz der Hinweis, liken, wenn das Video gefällt, abonnieren, wenn der Kanal gefällt. Ihr kennt das ja. Nach dem Titelsong geht's dann los. Überlegungen zum Dateinamen Es gibt sicher unendlich viele Möglichkeiten, Bilder strukturiert abzulegen und entsprechend zu benennen. Bei manchen Namenssystemen hat man das Gefühl, der Fotograf hätte zu Hause noch eine Enigma stehen. Als Ausdruck vollendeter Kleinbürgerlichkeit wird jeder mögliche Namensbestandteil kodiert. Frei nach dem Motto, das Betreten des Rasens ist verboten, Elternhaften für ihre Kinder. Einen Vorteil haben diese Dateisysteme allerdings oft, wenn auch nicht immer. Die Dateinamen sind verhältnismäßig kurz. Das ist ja bei mir eher nicht der Fall. Irgendwann kam ich sogar mal auf die wahnwitzige Idee, die komplette UIC-Nummer für Triebfahrzeuge in den Dateinamen aufzunehmen. Das war allerdings wirklich ein Monstrum. Diese Idee habe ich dann auch so stark aus meinem Gedächtnis verbannt, dass ich sie wirklich vergessen habe. Als ich die Historie meiner Dateinamenentwicklung aufgeschrieben habe. Ganz am Anfang des Bildarchivs hatte ich die Prioritäten des Motivs in den Dateinamen aufgenommen. Das heißt, wenn ich eine Log fotografiert habe, dann kam der Logname zuerst. Wenn ich Details von einem Bahnhof fotografiert habe, dann kam der Ortsname zuerst. Aber dies führte letztendlich dazu, dass Bilder wie dieses hier unter zwei verschiedenen Dateinamen im Bildarchiv liegen konnten. Und das ist, naja, sagen wir mal, ab einer gewissen Dateianzahl doch ein wenig unpraktisch. Damals, so schätzungsweise gegen Ende 2011, wurde für mich die Modellbahnplanung immer wichtiger. Von da an war klar, sämtliche Dateinamen werden nach Orten geordnet. Die Trennzeichen zwischen den einzelnen Namenskomponenten waren Punkte. Und zwar nicht die ganz normalen Satzzeichen, sondern im Prinzip so eine Art Bullet Points. Auf dem Mac erzeugt man die über die Tasten Alt und Ü und unter Windows war das, glaube ich, die Tastenkombination Alt und dann über den Cineblog eingegeben die Ziffern 0149. Aber zumindest die Windows-Informationen sind echt ohne Gewehr. Diese Gates-Kacke benutze ich eigentlich nicht. Oder nur, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, seit der Bahnreform beziehungsweise auch wenn man Bilder aus unterschiedlichen Ländern sammelt, ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, das Eisenbahnverkehrsunternehmen noch mit in den Dateinamen aufzunehmen. Hier beispielsweise sehen wir den Stadler GTW 2 Sechstel in der Lackierung der Hessischen Landesbahn. Das Fahrzeug sieht ja durchaus attraktiv aus, finde ich. Guckt man sich aber das Fahrzeug in der DB AG Lackierung an, ist das voll die Netzhautpeitsche. Um solche unerwarteten Schockmomente zu vermeiden, habe ich die Nacktbilder von Trude Hergel, ähm, ich meine, also was ich sagen wollte ist, ich habe die Bilder von Eisenbahnfahrzeugen mit der zugehörigen EVU-Kennung versehen. Wie dem auch sei, mit zunehmender Bildanzahl machte sich bei mir die Erkenntnis breit, es ist vielleicht sinnvoll, den Ort der Fotoaufnahme etwas genauer zu definieren. Dazu dachte ich dann, seien vielleicht die KBS-Nummern ganz sinnvoll und die Streckenkilometer. Und zu ordnungsliebend und pedantisch, wie ich ja nun mal bin, habe ich mir natürlich die Orte der Fotografien genauestens aufgeschrieben, inklusive natürlich auch der Streckenkilometer und der Strecke. Also war erst mal Recherchieren angesagt. Und irgendwann bei dieser Arbeit stellte ich dann fest, dass bei manchen Kursbuchstrecken die Kilometrierung wirklich gradlinig verlief. Bei anderen verlief sie wie Kraut und Rüben. Nachdem ich dann die Website openrailwaymap.org entdeckt habe, wurde mir klar, jede Bandstrecke hatte einen vierstelligen Nummerncode. Und Kursbuchstrecken laufen manchmal über mehrere Strecken. Also wurde die Dateibenennung von der dreistelligen KBS-Nummer auf die vierstellige Streda-Streckennummer umgestellt. Dieses System hat sich für mich bewährt und dabei ist es bisher auch geblieben. Ich finde das System gut und zu mir passt's. Aber, schon ein gewisser Joachim Ringelnatz hat gesagt, der Stein der Weisen und der Stein der Narren sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Also seht die vorangegangene Beschreibung bitte nicht als so wird's gemacht, sondern als Denkanstoß, wie man an die Sache herangehen könnte. So, jetzt sind die Bilder erstmal in einem sinnvollen Zusammenhang benannt und abgelegt. Jetzt ist aber die Frage, was mache ich denn, wenn ich ein bestimmtes Motiv suche, beispielsweise ein Modellbahner sucht den richtigen Aufstellungsort für eine Trapeztafel? Wie finde ich das denn in dem Wust von Bildern, den ich hab? Und diese Fragestellung bringt uns dann schon direkt zum nächsten Kapitel. Überlegungen zum Dateimanager Manager? Ach, hör mal doch auf, wenn ich da um unsere Facility Manager denke. Voll der Blindgänger. Dachsüber legst du auf, aber abends bei der Wehrsportgruppe Bahnhofskiosk einfach kriegst erzähle. Nein, nein, es geht nicht um Hausmeister mit Alkoholhintergrund, sondern eher um eine Art Suchprogramme mit Zusatznutzen. Suchtprogramm? Da ist der genau richtig. Das glaubst du aber. Sorry, ich hatte vergessen, die Wolldecke aus dem Mund zu nehmen. Ich meinte Suchprogramm. Ach so, na das kann ich ja nicht wissen. Ach, da haben wir es ja wieder, Frau Batz. Naja, es geht halt mehr um die Frage, reichten Dateimanager, wie er vom Betriebssystem kommt, wie beispielsweise Windows Explorer oder der Feinder von Apple oder sind vielleicht speziellere Programme sinnvoller? Wie schon seit geraumer Zeit auf dem Bildschirm zu sehen ist, bevorzuge ich Adobe Bridge. Zugegebenermaßen habe ich eine relativ alte Version, aber das reicht mir im Prinzip. Aber es gibt natürlich auch noch andere Alternativen. Da wären zum Beispiel Picasa, ExtendView Extended, Photoscape oder auch beispielsweise Focus von Hasselblatt, also von diesem Kamerahersteller. Sicher gibt es auch noch weitere Anbieter, aber mir fehlt ein wenig die Zeit, auch noch den letzten Nischenanbieter im Internet zu finden. Wem die erwähnten Programme nicht zusagen, der findet sicher auch noch Alternativen. Aber kommen wir doch jetzt mal zu den Vorteilen, die ein Bildmanager bietet. Was wir hier sehen, ist im Prinzip ein dreispaltiges Programm-Layout. Das habe ich jahrelang so benutzt. Aber es gab doch einige Nachteile, die mich nach Jahren bewogen haben, das Layout ein wenig zu ändern. Einer dieser Nachteile war zum Beispiel das zu kleine Vorschaubild. Nach etwas Nachdenken, Abgucken und Rumgeschiebe bin ich dann zu diesem Layout gekommen. In der linken Spalte sind Stichwörter und Filter, in der mittleren Spalte sind die Thumbnails und in der rechten Spalte ist die Vorschau und sind die Metadaten zu finden. Und noch die Ordnerstruktur, aber dazu kommen wir später vielleicht mal. Jetzt bleiben wir erstmal bei dem Bild hier. In der mittleren Spalte sehen wir das Bild, das wir ausgewählt haben. Dieses Bild sehen wir rechts auch noch vergrößert. Und in der linken Spalte sehen wir Stichworte, die man in Adobe Bridge anlegen kann und die diesem Bild zugewiesen werden können, wenn man ein Häkchen in die Checkbox setzt. Checkbox? Ich checke hier gerade mal gar nichts. Naja, also gut. In der Weiterentwicklung des Alt-Mittel-Hochdeutschen heißt das, glaube ich, Ankreuzfeld. Beziehungsweise in dem Fall wäre es vielleicht ein Anhagfeld. Natürlich kann man auch jedem einzelnen Bild individuelle Stichworte zuweisen. Aber das wird bei einer gewissen Anzahl von Bildern dann doch schon extrem unübersichtlich. Hier sehen wir im Moment in der linken Spalte allein die Stichworte, die der rechten Rinstrecke zugeordnet sind. Und das ist nur ein Ausschnitt. Klar, das ist schon irgendwie Nerd-Stuff. Also auf Hochdeutsch Schwachkopf-Gedöns. Aber es hilft doch ganz erheblich bei der Suche nach bestimmten Motiven in der Dope Bridge. Denn über das Suchfeld oben rechts in der Ecke werden standardmäßig sowohl Dateinamen als auch Stichwörter durchsucht. Wenn man also weiß, was man sucht, kann man relativ genau finden, was man gesucht hat. Oh, da fällt mir gerade auf, vorhin bei der Dateinamen-Historie habe ich noch eine Sache vergessen. Bei fahrenden Fahrzeugen wird noch vermerkt, ob sie die Strecke hinauf- oder hinunterfahren. Orientierungspunkt dafür ist die Kilometrierung der Strecke. Und jetzt kommen wir mal langsam zu den Metadaten. Also jenen Daten, die auf den ersten Blick unsichtbar in den Bilddateien einer Digitalkamera festgehalten sind. Da speziell meine Art der Verschlagwortung der Bilddateien ein sehr großes Textfeld braucht, habe ich diese Metadaten in der gleichen Spalte untergebracht, in der auch das Vorschaufenster ist. Die ist nämlich so breit, dass man alle Daten gut auf einen Blick sehen kann. Wäre sie schmaler, wäre halt das Stichwort Feld so raumgreifend, dass man die anderen Daten nicht sehen könnte. Und das ist ja irgendwie auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, das oft mehr Relevanz hat, als man sich eigentlich wünscht. Suboptimale Bilder etwas aufwerten Klar, kein Mensch steht morgens auf mit dem Gedanken, boah, heute mache ich mal so richtig Scheißbilder. Heute zeige ich der Welt mal, wie schlecht ich fotografieren kann. Aber es kann halt eben einfach Umstände geben oder Situationen geben, in denen man nicht die optimalen Bilder machen kann. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es, weil die Batterien der großen Kamera zu früh aufgeben oder weil das Ding sonst irgendwie kaputt gegangen ist. Man aber so eine seltene Situation vor sich hat, dass man sie trotzdem irgendwie festhalten möchte. Also muss halt eben das Handy hier halten. Oder zwei seltene Fahrzeuge stehen so derart im Kernschatten eines Gebäudes, dass höchstens eine Kontinentaldrift des Ortes in dem nördlichen Polarkreis eine lichtdurchflutete Abbildung des Motivs ermöglichen würde. Ja, davon gehe ich aus. Deswegen versuche ich es auch meist mit Bildbearbeitung. Was jetzt hier im Moment zu sehen ist, das ist das Ergebnis einer Quick-and-Dirty-Bildbearbeitung. Es wurden also im Prinzip nur die grundlegendsten Schritte gemacht, um das Bild ein klein wenig zu verbessern. Man könnte jetzt aus diesem Bild noch ein künstliches HDR machen, aber das würde zu weit gehen, das hier in diesem Video zu erklären. Die Freaks wissen das sowieso schon und die Leute, die es nicht wissen, die könnten mit der Erklärung vermutlich erstmal recht wenig anfangen. Beziehungsweise bei Interesse kann ich nochmal ein Tutorial machen, wie man so ein HDR-Bild aus einem einzigen digitalen Negativ selbst erstellt. Also ein High-Dynamic-Range-Bild, beziehungsweise auf Deutsch ein Hochkontrast-Bild, selbst anfertigt. Aber im Prinzip würde man damit schon den Bereich, in dem man die Fotografie für die Modellbahnplanung nutzt, verlassen. Und letztendlich sind wir ja hier auch bei Thorstens MOBA-Welt und nicht bei Thorstens wunderbarer Welt der Bilder. Trotzdem möchte ich noch ein paar Hinweise geben, wie man nicht ganz gute Bilder etwas besser machen kann. Hier haben wir ein Bild, das ist irgendwie ein bisschen flau, ein bisschen dröge, ein bisschen mopsig. Es ist ein Blick vom Eingang des Linzer Krankenhauses hinunter ins Rheintal. Und zwar ziemlich genau an die Stelle, wo vor ca. 100 Jahren die Ludendorff-Brücke, besser bekannt als die Brücke von Rehmagen, fertiggestellt wurde. Wir befinden uns gerade in der Dove Bridge und ich öffne das Bild in Temerara. Ja, komm jetzt! Du aufpassen beim Sprechen mit vollem Mund! Ab 50 Gramm wird's undeutlich! Ja, das kann schon mal passieren, aber jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, wie wir an den Reglern rumschieben müssen, damit das Bild ein bisschen besser wird. Hier in dem rot eingekreisten Bereich sind die Regler, mit denen wir das Bild ein wenig verändern können. In anderen Programmen sind diese Regler ähnlich, sie sind vielleicht an anderen Positionen und heißen eventuell anders. Aber im Grunde genommen kann man mit sehr vielen Programmen das Gleiche machen. Und jetzt sehen wir das bearbeitete Bild. Das Schwarz ist schwarzer, das Weiß ist weißer und der Hintergrund ist Hintergrund... Naja, obwohl... Sagen wir mal besser, der Hintergrund tritt weiter zurück. Der Weg, wie ich das erreicht habe, ist folgender. Fangen wir am besten mal unten an. Naja, nicht ganz unten, eine Zeile drüber. Die Dynamik wird auf etwa 40 erhöht. Bei manchen Bildern kann es auch ein bisschen mehr oder weniger sein. Dann setze ich die Sättigung herab. Meistens um minus 15 oder minus 30. Dadurch ergibt sich dann eine stärkere Präsenz des Vordergrundes und der Hintergrund tritt ein wenig stärker zurück. Als nächstes setze ich dann den Helligkeitswert auf das Maximum. Gleiches gilt für die Wiederherstellung. Da das Bild im Moment wirklich richtig schlecht aussieht, müssen wir jetzt den Belichtungsregler ziemlich weit nach unten ziehen. Jetzt wird es Zeit, den Blick auf das Histogramm hier oben zu werfen. Sollte die, ja ich sag jetzt mal, Hügelkette nicht ganz vom rechten bis zum linken Rand gehen, dann wird es Zeit für etwas Feingustage. Wenn der linke Rand nicht berührt wird, ist es sinnvoll, den Schwarzwert zu erhöhen. Das ist der Regler hier unten. Sollte sich aber am linken Rand ein riesiger Haufen gnubbeln, ist es sinnvoll, das Aufhelllicht ein bisschen zu erhöhen. Also den Regler fürs Aufhelllicht nach rechts zu ziehen. Wird der rechte Rand nicht berührt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder man nimmt die Wiederherstellung ein wenig zurück, oder man setzt die Belichtung ein wenig hoch, oder man gibt bei der Helligkeit hier unten noch ein wenig hinzu, falls das möglich ist. Ei, was soll denn der Scheiß? Wann benutze ich denn was? Naja, also ich mache das meistens so, wenn ich beispielsweise am rechten Rand vom Histogramm einen ziemlich großen Batzen habe, also ziemlich viele Werte da sitzen habe, dann ziehe ich die Belichtung ziemlich weit nach links, also in den dunklen Bereich, und helle das Bild dann über den Helligkeitsregler auf. Oh, und das Wichtigste habe ich natürlich fast wieder vergessen. Wenn die Farben gar nicht stimmen, und das Bild so richtig bescheuert aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig groß, dass irgendwas mit dem Wasserabgleich der Kamera nicht zur jeweiligen Aufnahmesituation gepasst hat. Natürlich kann man auch da verhältnismäßig einfach nachregulieren, vorausgesetzt man hat das richtige Dateiformat. JPEG ist da eher ungünstig. Wie wir hier sehen, es gibt drei Vorwahlmöglichkeiten. Wer allerdings in einem RAW-Format fotografiert, beziehungsweise die Fotos in einem RAW-Format aufzeichnet, hat wesentlich mehr Möglichkeiten, wie wir hier sehen. Damit hat man dann schon die wesentlich besseren Voraussetzungen, die passende Ausgangsbasis für die weitere Bearbeitung zu finden. Ich denke, das Feld der Bildbearbeitung für Vorbildsituationen für Modellbahner ist jetzt ausreichend beackert. Kommen wir nun zu einem weiteren Punkt. Gerade bei Aufnahmen von Geräten aus der Frühphase der digitalen Fotografie ist das, was damals noch ausreichend groß erschien, heute kaum mehr als Briefmarkengröße. Deshalb ist es manchmal notwendig, Bilder zu vergrößern. Zwar wüsste ich keinen Weg, ein Bild verlustfrei um den Faktor vielleicht 10 oder 20 zu vergrößern, aber zumindest im Bereich 1, sollte das auf jeden Fall gehen. Beispielsweise im Photoshop-Dialog Bildgröße könnte man die Option bikubisch glatter, optimal bei Vergrößerungen auswählen, um die Vergrößerung doch etwas angenehmer zu gestalten, als es in anderen Optionen möglich wäre. So, und damit wäre jetzt im Moment eigentlich alles gesagt, was mir zur Bildbearbeitung für Modellbahner einfällt. Ansonsten jetzt noch viel Spaß mit dem neu gestalteten Outro. Und ansonsten gilt, wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist entweder auf meiner Website, deren Webadresse hier gerade eingeblendet wird, oder auf der Kanal-Info-Seite dieses Kanals zu finden. Da dieser Kanal sich nicht mehr dem Diktat des Algorithmus unterwirft, kommt der nächste Film, wenn er fertig ist. Wer keinen Film verpassen will, sollte auf Nummer sicher gehen und den Kanal abonnieren. Und vor allem nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt noch die weiterführenden Playlists. Links unten die Playlist zu diesem Film, rechts unten die Playlist mit den älteren Filmen von mir. Die Playlist. Die Playlist. Die Playlist. Die Playlist. Vielen Dank.